Hier haben wir jetzt den Flug. 14.10 Uhr geht es weiter nach Miami mit der Air Frost 99, 2F und wir haben jetzt Gate L44. Jetzt ein kleiner Tipp. Jetzt schaut man einfach ringsherum, wo die Terminals sind und hier dieser Pfeil nach unten heißt, geradeaus, nicht runter gehen, sondern es heißt geradeaus. Das Pfeil nach oben heißt Hochfahren, Matthias, hast du gesagt, oder? Und wir müssen jetzt zu L und M. Wir müssen jetzt einfach hier in die Richtung. So, Matthias, freust du dich auf Miami? Ich freue mich auf Miami und wir werden euch ab Miami dann auch weitere Videos zeigen und wenn ihr mehr sehen wollt, drückt da einfach unten für Reisebürofälle auf Gefällt mir und dann könnt ihr die ganze Reise nochmal per Internet nachverfolgen. Bis dahin, adeo, viel Spaß!